Noch drei Minuten. Fuckin' hell, dann stelle ich mich jetzt wieder an. Es ist ein gutes Gefühl, auf dem alten Ross mal schnell wieder eine Runde zu drehen. Wenn er auf der Gitarre spielt, kann jeder Anfänger nach einem halben Jahr. Dilettantisch. Bei Jay ist jetzt auch nicht irgendwie die grosse Bassistin, aber sie machen beide genau das Richtige. Get a truck, girl, you get fucked! Get a truck! Alles klar? Gut so. Aber wenn es nur schneller ist ... Nein, nein. Es ist mal ein Dummziehen, richtig meise Flaschen. Der Herr meint eine helle Haut, das sei eine Frage vom Waschen. Baby-Jail war natürlich eine spezielle Band, die einem sofort aufgefallen ist. Musst du mir vorstellen, ist vielleicht auch der kleine Mann und dann die Brut nebendran und so. Weisst du, das ist so ... Die Mann ist extrem klein. Es war eine Show, aber es hat einfach sehr authentisch gewirkt. Darum ist man gerne Baby-Jail hören. Es ist wirklich wie das Bum, 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 Bum. Viel lässiger als das ... Eben. Geh, geh, geh. Da kann man ja einfach die Töre weglassen. Ist ein Bum, 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 Bum moderner? Der Herr scheint jetzt nicht mehr. Weiss ich nicht. Doch. Nein, nein, nein.